Ja, hier bin ich, der liebe Konki. Ich habe gleich die Nachrichten. Trey Mechanics Simulator 2017 wird von mir erst mal nicht fortgesetzt, weil... Schweigesteine habe ich, aber die Aufnahme ich hatte, ist mir zwischendurch mal passiert, was euch aufgefallen ist, fehlt eine Aufnahme. Oberstudio meinte, meint einfach mal das Spiel, geschweige Detail, die Aufnahmezeit zu überschreiben. Nein, Sonja, in der Einstellung habe ich ein Häkchen, wenn vorhanden überschreiben, das Häkchen ist raus. Trotzdem war ich Hintergrundmusik aufnehmen wollte, ne, Hintergrundmusik, mal was gucken, ja, gut. Ich habe mich aufnehmen, wollte, was machen wollte, hatte Detail überschrieben. Also ich habe aufgenommen, fertig, aufgenommen, immer wieder überschrieben. In der Oberstuhl war kein Häkchen drin. Ich weiß nicht, worum es lag. Vielleicht liegt das, weil ich, äh, ich nehme das auf MKV auf und... Ist halt ärgerlich, da ist ein technischer Fehler passiert, nur erst bei dieser Aufnahme. Wir sind drei Aufnahmen verschwunden. Die Aufnahme, die jetzt kommt, ist erst mal die letzte. Ich bin befördert worden, mache ich Elektrofahrzeug und habe da ein viel erzählt. Also ist hier quasi 40 Minuten, insgesamt drei Folgen, 40 Minuten. Ist ärgerlich, ich mache die Trends immer Schluss. Es war angespielt, wenn es euch gefällt, Karaktertag spielt es da selber. Oder ich freue mich daran, wie ich es gespielt habe. Ja, trotzdem, danke schön. Viel Spaß bei der Folge. So, hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Ähm. Ich lese mal jetzt. Äh, scheinbar sind auch der Radulisten Stuhlteam, weil er Aufhängung beschädigt. Ich weiß nicht, ob er auch Hauptelementabhängung ist. Aufhängung. Aufhängung, ja. Aber nur eine Seite hier? Von der Dämpfer aus dem Arsch. Also steigt er auf dem Arsch. Der ist auch der Rakete. Er muss er. das ist ein anderer auftrag ein teil habe ich hier etwas zu sehen da ist der Montage nach den dampf hier zurück leck zu machen was was neues zu lernen das wurde hier mal wir machen ja ich hatte keine reise gibt so ein herz weil das wäre geil wäre so was für mega traurig natürlich kein problem machen wir machen wir alle machen wir alle ja ja war das alles nach einer starke bremse und zu lesen und ist nicht bestanden wie die aufträger und andere jetzt gibt es hier auch weiter raum gebaut jetzt endlos tipp ich mach endlos als also muss ich da wirklich jetzt hinfahren ja gut zu der elektro damit daheim heid hin ich zeige zum tunnel west wahrscheinlich die rüde das war das wasser tal asien langer aus hier mit fahrt langsam sparen besitzt werden elektro ja da haben wir da hin wenn man stilfahrzeug oder mein pick-up keine ahnung ich habe den zug zur arbeit nach hause ich werde los über die steuererklärung ja das erklärt man jemanden wirklich so der nächsten auftrag an ja ich bin auch in der schläft ganz schnell ganz schnell kann ich rein hier rein 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 weil ich kein schnell reisen elektromotiv auf der schweige fahrzeug findet ja finde ich alles klar die aufträge ich habe das jetzt schon ich habe das jetzt schon spiel immer losfahren den kuchen nötig ja ja gefunden aber es ist schade das variiert dann immer die bade blau aus grün aus naja kann man nicht erinnern da ist sie gewonnen teilweise sparen gewährte werkstatt erfahren kennt ihr ja schon hin und zurück gefahren das muss ja nicht sein das guckt ja keine wahrscheinlich sind die akkumulatoren befehle für die notwendige alle kapotte alle kapotte okay okay aber hier muss ich jetzt nicht mechanisch hier muss ich wirklich elektro hier kaputt kaputt zwei stellen na toll keine prämie mit drei motorteile motorteile also keine oh gott ich habe zu viel gekauft zu viel gekauft dann haben wir eine reserve nicht durchgebrannt ich bin ich bin ich bin klein kann doch nicht sein dass sie so aussehen und halte hier ja da war das garten kleinredige modul ja kein problem wie macht man sehen wer halt ich kann das ich kann so was ich kann weiß ich nicht und tausend euro und dann haben wir alle tassen im schrank was ich nicht nur 500 was soll ich davon leben schocker da war kann ja immer leer nach der ursache ja richtig weil er soll man tun soll doch ich mache erst mal schluss ich habe auch dampflog oder was er vertagt dann schon kann ja ich dachte euch mal schönen tag erstmal bis dann leiten und das kommentieren und nicht vergessen